Übung 1, Seite 89 Ich will nur Gottes Gedanken kennen, alles andere sind Nebenlichkeiten. Abos Einstein Diese Übung zeigt auf eine samte Art und Weise, wie du Energie der Agasha-Chronik in deinem Leben herbeirufst. Schritt 1, öffne deine Agasha-Chronik mit dem Gebet. Schritt 2, nimm dir 5-10 Minuten Zeit für diesen Schritt. Akte auf alle Empfindungen, die du im Körper erlebst. Spürst du etwas mehr Wämmer oder ein Kribbel in deinem Körper? Hörst du Stimmen? Siehst du Bilder? Wie fühlst du dich emotional? Akte sorgsam auf alles, was auch immer du erfährst. Versuche nicht, irgendwas zu bewirken oder zu erschwingen. Schritt 3, schreib deine Erfahrungen und Empfindungen aus. Schritt 4, schließe deine Agasha-Chronik. Schritt 5, schreib deine Aufmerksamkeit. Schritt 5, schreib deine Aufmerksamkeit. Schritt 5, schreib deine Aufmerksamkeit.